Hallo und hallo liebe Freunde! Willkommen zurück hier im Spielparadies. Mit mir ist Maxi und ihr seht's. Wir müssen wahrscheinlich den Spinnen folgen. Ich hasse Spinnen. Aber wir werden wohl nicht drum herum kommen. Denn Hermine ist versteinert und der Basilisk ist immer noch hier irgendwo unterwegs. Irgendjemand singt dort. Ah, okay. Ich hab keine Ahnung, was ich mit den schwebenden Leuten immer machen soll. Aber okay, wir folgen jetzt den Spinnen. Ich bin ja gespannt. Wir sorgen nebenbei ein bisschen für Unordnung. Machen ein bisschen Licht. Perfekt. Mein Schiff ist dort immer noch. Dort oben kommen wir immer noch nicht hin. Okay. Okay, auf geht's. Da bin ich ja gespannt. Hatten wir das schon. Ähm. Ah, hier. Ah, okay. Ich wollt grad sagen, wovon müssen wir denn lang? Da, wo die Spinnen herkommen. Ich liebe es nicht. Was ist hier eigentlich? Hey, Moment. Okay. Finden wir doch schon. Schade. Sah so aus, als hätten wir die noch nicht gehabt. Aber die müssen auf jeden Fall noch böse und werden. Jetzt werf die doch mal nicht so weit weg, ihr dämlichen Wurstungen. Das kann ja mal nicht wahr sein. Ron hilft mir doch nicht beim Einsammeln, wisst ihr doch. So, weg mit ihr, weg mit ihr. So. Dass man das hier mal ordentlich macht. Zack. Und zack. Wobei die mir im Goldtas besser gefallen haben. Ich weiß auch nicht. Aber hey. Silvers ist mein Gold, ne? Oh, da an dem Schrank bräuchten wir Hermine. Hm. Schlecht. Immer wenn man Hermine braucht, ist sie nicht da. Aber okay, wir folgen den Spinnen. Ich hab da so ne Ahnung, wo die hingehen. Und Ron ist schon wieder weg. Okay, es geht ums Spinnen. Da geht die hin. Ja, okay. Alles recht. Verworren hier. Ähm. Können wir ihm dann nicht helfen, oder? Ja, Moment. Ich glaube, ich muss ihm helfen. Ich hab da so das Gefühl. Ich hab da so das Gefühl. Wir sehen wie das hier ist. Moment. Ja, vor allem kann der doch einfach hier runter, oder? Oder nicht. Okay, also manche, manche, die... Gibt es ihm da geflanzten? Hm. Wer weiß. Da muss er oben bleiben. Ich bin auch runtergesprungen. So ein Feigling. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Den Spinnen folgen. Juhu, und jetzt sind wir schon draußen auf dem Gelände. Wir gehen immer weiter Richtung Hagrid und demzufolge auch Richtung verbotenen Wald. Wer hat das gedacht? So, okay. Ja. Auf zu Hagrid. Wobei die ja garantiert nicht alle zu Hagrid gehen. Genau, die gehen daraus. Ach man. Moment. So. Vielleicht... Keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber... ...bestimmt hier hin. Ah. Cool. Und jetzt gießen. Hey, ich soll doch zu Hagrid. Okay. Nicht gießen? Ja, warum nicht gießen? Ah, doch. Hab's noch nicht richtig... richtig gegossen. Und jetzt? Keine Pflanze gemacht. Alles klar. Hätte ja sein können, dass da was cooles entsteht. Zack. Okay, auf zu Hagrid. Er wartet schon auf uns. So. Oh oh. Ja, man merkt, Hagrid ist schon nervös. Weil alle denken, er wäre der Erbe Sidorin. Oh und jetzt wär auch noch zu academischen. Oh jetzt komm da auch noch Besuch. normalmente sind auch noch Cole. Genau. Ja. Dumbledore kann da leider nix machen. Jetzt kommt auch noch Lucius Malfoy. Der will auch Dumbledore absäbeln. Und das haben sie geschafft. Hagrid gibt es auch hier. Sollte irgendjemand versuchen etwas rauszufinden, dann muss er nur den Spinnen folgen. Die werden ihn hinführen. Oh Gott. Jetzt schon wieder in den verbotenen Wald. Und da oben sind so viele... Uah! Ach ja. Also erstmal das Vieh und dann gleich den Kokon. Ja natürlich kommen da hier die ganzen... Hm. Wie komm ich da hoch? Das geht garantiert irgendwie. Ok. Da müssen wir aufpassen auf die Kleine. Sehr gut. Sehr gut zu wissen. So. Was kommt hier? Ok. Ok. Er geht gleich los. Ich muss ja erstmal ein bisschen was sammeln. Geht sofort los. Ich weiß nämlich nicht, wieviel Punkte, wieviel... Belegenheit wir haben hier. Um Punkte zu sammeln. Deshalb lieber gleich alles kaputt machen. Hm. Die bekomme ich noch nicht. Ok. Gut. So. Was geht da? Ah. Sehr gut. Nein. Ah. Perfekt. Hier holen wir uns jetzt alle Leute. Ja. Bleibst du hier? Ja. Aber ok. Wir können diesmal auch Fang wieder benutzen. Fang ist wieder für uns da. Sehr gut. Langsam. Langsam wird das hier. Perfekt. Ok. Dann hätten wir die ganzen blauen jetzt eingesammelt. Mal fliegen für uns da. Ah nein. Da hinten ist noch einer. Seht ihr? Die versteckten blauen Punkte. Gar nicht mal so einfach, die alle zu finden. Vor allem, denen jetzt blind zu treffen. Ja. Ron macht das schon. Ok. Auf geht's. Hier hoch. Ja, da sind wieder Spinnen. Freude, Freude. Ich find das bisschen komisch, dass jetzt mal nicht so wirklich... Ron's kaputte Zauberstarke hat man gar nicht so Wert drauf gelegt, dass die Zauber bei ihm nicht so klappen. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten. Hm. Ok. Kann noch irgendwie... Ah ja. So. Was ist jetzt mit der Regenwolke? Ok. Die Regenwelt wird so groß. Ist auch ok. Hey, das wollte ich gar nicht so gut machen. Aber ok, wenn ich's getroffen habe, passt halt. Ok. Ja, man muss ja wirklich aufpassen, was hier wirklich an Sachen kaputt zu machen gehen und... was man jetzt auch da kann fangen, auf jeden Fall was machen. Die Dinger müssen wir sowieso alle kaputt machen. So. Ok. 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 Warum kommen die zwei nicht hoch? Muss ich denen jetzt irgendwas bauen? Ich kann ja hier schlecht schon weiter... gehen. Vor allem weil, ähm, Fang und Harry, die kommen ja gar nicht hoch. Ah, ich muss den Baum sieken. Alles klar. Das ist natürlich... Wow. Jetzt kommen da kleine Gnome. Ah, cool. Die machen ne Leiter. Das sind nette Gnome. Warum kann ich jetzt die Blumen nicht kaputt machen? Ja, egal. Fang. Komm mit. Wir müssen buddeln. Wow. Ja. Fang dann ganz schön... Häftig. Was bewegen hier. Halt. Stop. Ja. Gehen wir mal auf Harry. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir kommen hier super voran. Na. Wo ist der Pukon? Wo ist der Pukon? Ich sehe nicht. Die werden sich schon mal vormachen. Nein, meine. Warum machst du eigentlich die Glühwürmchen kaputt? So, Harry ist im Wasser. Aber das interessiert uns zum Glück nicht. Wo ist Ron? Ah. Er ist gar nicht dabei drauf gegangen. Dann ist es okay. Dann ist es okay, wenn ich Harry bin. Ron hat keinen Bock mehr, anscheinend. Er ist doch wieder heimgegangen. Oder er schafft es einfach nicht über den Stamm zu gehen. Kann ja auch manchmal sein. Diese Lego-Karacere, die haben manchmal echt Probleme damit. Hier so rum zu gehen, dass wir das alles schaffen. Jetzt rollt doch mal nicht alle hier überall herunter. Was ist das cool? So. Wer ist noch? Sehr gut. Fang! Fang! Fang halt nicht. Zack. 4 von 10. 1. Ronald, wo bist du? Wo ist er denn? Ron? Hallo? Was macht er jetzt da unten? Ich glaube, ich spiele lieber mit ihm. Er erscheint ziemlich der Tollfassigste hier zu sein. Was natürlich auch eine totale Überraschung ist bei Ron. Was keiner gedacht hätte. Oh gut, dass wir hier unten nochmal reinsteigen sind. Was hätten wir sonst glatt übersehen? So. Okay. Gehen wir hier nochmal lang? Denn ihr wisst ja. Die versteckten Blauen. Können hier überall sein. So. Na. Spring nochmal. Spring nochmal. Okay. Okay. Yay. Okay. Schön, dass wir hier fliegen können. Wundervoll. Äh, ja. Geht klar. Geht klar. Da. Da ist er gefangen. Von Perry auch. Da wird es ja wohl irgendwie mit dem Leben zu fliegen. Okay, Fang wird ein Problem haben. Ah, okay. Das brauchen wir einfach. Jetzt machen wir. Klingt nach nem guten Plan. Ja. Perfekt. Ihr müsst mir nicht alles nachmachen. Oh man. Vor allem sind... Ja, egal. Egal. Hier werden sie vielleicht nicht hochbekommen. Ist schon richtig. Wir sind ja gleich viele von den Düngern. Zwei Stück. Was? Das heißt wahrscheinlich, dass wir der Spinne nicht mehr als zu sein sind. Oh man. Ah. So. 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 Dann ist ja also noch eine Lösung gekommen. Oder auch nicht. Hier ist vielleicht noch übrig. Okay. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. So. Geht doch gleich beim ersten Mal kaputt. So. Irgendwann wollte ich nur die Planze treffen. Aber... Ron schießt halt erstmal auf die Glühbirnchen. Fixie! Ja. Wie gemein. Die sind ja voll fies. Aber gut, dass wir die zum helfen haben. Wenn das Boat schwackelt. Könnte sein, oder? Ich bin mir grad nicht sicher, aber... Dein Name, der kam mir grad so... In den Sinn. Boat schwackelt. Das kann natürlich sein. So. So. Also eigentlich, Punkte sammeln wir hier alle, die es gibt. Außer halt das, wo wir die Zauber noch nicht finden, aber okay. So. Jetzt schieß doch mal nicht auf, dass das oben ist. Ja. Alles kaputt machen. Ach, es geht den auch kaputt. Super. Wundervoll. Sammelt doch einfach mal mit ein. Was man hier alles allein machen muss. Ich dachte, die verschwinden hier einfach wieder. Aber anscheinend nicht. Anscheinend kann man hier wirklich alles zu Punkten machen. Und das habe ich dann wahrscheinlich in den anderen Mini-Spielen hier, beziehungsweise in den anderen Missionen nicht gemacht. Ich hab halt schon gesagt, dass das was lindert. Dabei kann man da überall Punkte rausholen. Was? Okay. So, das sollte so zauber gewesen sein. Sehr gut. Na. Ah. Okay. Run mit nem Sweater. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Fang hat mal wieder Probleme. Aber ist halt auch ein Hund, ne? Wie soll er die Leiter wieder hochfahren? Ah, okay. Okay. Da sind auf jeden Fall die Tixis. So. Erstmal das hier. Und so schnell wie wir die stehen hier. Ja. Perfekt. Okay. Fang ist mit hochgekommen. Cool. Zack. Ah, okay. Dann haben wir das vielleicht geschafft. Dann sind wir wahrscheinlich auch weit in der Senke. Da bin ich gespannt. Das sind immer diese Spinnen. So. Wie geht's hier? Das geht noch so gut. Ja, wenn man das einmal weiß, dann kann man das ja alles nochmal anschaubern. Ja. Fang? Cool. Ich weiß, dass wir Spinnen sind. So. Ah, wir haben gerade mal ein Held von dem Funk. Sehr gut. Da hätten wir dich mal Slithering. Und gerade bei dem Teil ist ja alles sehr gut, wenn wir wirklich mal Slithering hätten. Da sich ja hier so ziemlich alles darum dreht. Ups. Ich hab Harry gebabbelt. Ja, sehr gut. Die fangen wir hier noch mal ein. Ja, sehr gut. Na los. Und damit hätten wir den Baum befreit. Und hier darf Fang wieder buddeln. Oh Gott, da geht's runter. Oh nein. Haben wir diese Spinnen. Okay Leute, auf geht's. Ja, da freut man sich drauf, oder? Oh Gott. War doch klar, dass er wegrennt. Okay, er kennt beide nicht. Er hat gesagt, er ist nicht das Monster. Würde ich jetzt so übersetzen. Oh Gott. Hey, leckte mich bitte erstmal... ... hier das einsammeln. So ein bisschen. Na. Oh mein Gott, da haben wir runter. Wär ich damit? Nein, nein. Na, wie ich das hatte. Äh, na. Was hab ich gemacht? Oh Mist. Irgendwas hab... Was hab ich gemacht? Hey, ich muss ja ausweichen. Und soll das Ding doch hier noch gehen. Na? Ah. Okay, sehr gut. Ich muss ja trotzdem erstmal noch alles gucken. Danke. Danke, danke, danke. Ja, da ist wieder... Jo. Ich lass mich doch mal in Ruhe hier springen. Ach, nö. Oh. Toll. Jetzt geht hier weg. Geht weg. Ich will den blauen... Verdammt, ist das dein Traum. Weg damit. Ja. Genau. Ja. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Ja. Hä? Was soll denn das? Ich kann mich hier ja nicht mehr bewegen. Jetzt lass mich doch einfach mal in Ruhe. Mit dämlichen Stimmen. Wie soll man hier bitte in Ruhe die Punkte eindammeln? Kann ja mal nicht wahr sein. Hm. Und ich hätte jetzt auch gerne mal... Oh. Wie dann? Sehr gut. Da ist eins. Da ist noch eins. Sehr gut. Ron? Du bist grad echt den Weg rumgelaufen. Ja. Lass mich mal hier durch. Lass mich mal hier durch. Ich bin ab. Also eigentlich nicht, aber... Jetzt lass... Ganz ehrlich, der hat mich einmal getroffen. Ich hatte noch drei Herzen. Also langsam das Unfall hier. Ja. Ist okay. Na. Lass mich in Ruhe. Ja. Schön Ron hält sich mittlerweile die Augen zu. Es ist doch zum... Es ist echt zum verrückt werden hier. Da will man hier das Herbstein sammeln, ne? Also ich hab so das Gefühl, ich verliere schon mehr Punkte als das gewinnt. Von daher... Na. Mach's doch einfach, Ron. Mach's doch einfach. So. Nochmal drehen. Und... Bam. Weg mit dir, Spinner. Weg damit. So, und jetzt... Jetzt reicht mir. Aragop. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh Gott. Oh Gott. Lass ihn nicht. Ja, die will ich nicht helfen. Aragop. Oh, okay. Und damit ist sie mit so'n Kraft zur Ende. Wir können noch fahren, das ist okay. Ja, wir können. Chillen wir hier mal. Let's stop! Okay, ich darf nicht zurückfahren, aber ich will zurückfahren. Lass mich jetzt in den Kreis fahren. Mal ehrlich. Ich hab mich umgedreht. Naja, chill mal. Chill mal, chill mal, chill mal. Na los, ha los. Ja, nicht die Spinne! Du sollst doch einfach um die Spinne drum herum fahren. So, jetzt haben wir hier die Spinne an Bord. Und müssen hier lang fahren. Und die Spinne hat uns wieder. Ich kick die Fiese. Ja, sehr gut. Wir haben das auch wieder. Okay, dann müssen wir den Einges. Hä? Wer fährt jetzt schon? Ich wollt'n sagen. Wer fährt da jetzt mit dem Motorrad? Ja, wir fahren jetzt ganz gemütlich. Ja. Alles gut. Alles okay. Äh, warum dreh ich mich jetzt wieder um? Ja, ja, liebe Spinne. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Okay. Ja. Na, lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Dem ist die Spinne. Ich werd hier vorbeikommen. Und ich werd mir die Punkte holen. Lass mich vorbei. Sehr gut. Leute, es ist nicht einfach, das zu lenken. Kann ich euch sagen. Ja. Da haben wir's geschafft. Okay. Das war jetzt mein Ziel. Mein Ziel hab' ich erreicht. Wir sind wahre Sauberer. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch aus dem Verboten herauskommen. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Die Spinne, die fällt immer mehr zurück. Okay. Hier. Perfekt. Ist Harry im Motorrad? Und Zion? Auf dem Motorrad? Okay. Denn, ja, im Motorrad nur Ron. Tatsache. Okay, dann macht's mal wieder gut. Die Spinne ist wohl im Wald geblieben. Na, perfekt. Sind wir doch gut wieder angekommen. Ach, und Hermine liegt immer noch so komisch da. Hm. Oh. Ha. Jetzt haben sie sie einmal gelegt und finden noch was. Hm. 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 Und das war's für diese Folge. Wir haben jetzt endlich rausgefunden, was in der Kammer des Schreckens auf uns lauert. Und ich bin gespannt, wie der Rest jetzt verläuft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, hier im Spielepartys. Mit mir ist Maxi. Bis dahin. Macht's gut und tschüüüüüüüüüür! Untertitelung des ZDF, 2020